hallo emtb news ihr habt wahrscheinlich ziemlich lust auf einen motor wo die schaltung mit integriert ist das ganze gibt es jetzt von pinion und zwar den motor e1 ich kann mich ziemlich gut daran erinnern vor zehn jahren oder so habe ich mal an einem stammtisch darüber geredet was cool wäre wäre ein motor am e-bike mit integrierter schaltung wie das ganze im detail aussehen konnte hätte ich mir nicht vorstellen können ich bin da zu wenig im thema aber pinion hat sich das gleiche gedacht pinion kommen aus dem bereich getriebe schaltungen es gibt die getriebe schon ziemlich lange im bereich der bio bikes und vor gut zwölf jahren hat man bei pinion darüber nachgedacht ein eigenes motorsystem zu machen mit integrierter schaltung irgendwann später fing man an da wirklich dran zu entwickeln in summe hat man fünf jahre entwickelt und jetzt gibt es einen motor von pinion mit integrierter schaltung den pinion e1 das ganze gibt es mit zwölf gängen oder mit neun gängen das ist ein 48 volt motor das bedeutet hohe spannung niedriger verbrauch 85 newtonmeter in der spitze es ist aber auch so dass wenn man den kleinsten gang an wählt dann leistet der motor bis zu 160 newtonmeter völlig völlig verrückt ziemlich viel leistung 600 watt maximale leistung das ist ähnlich wie andere motoren in dem bereich es ist ein performance motor für eben performance e-mountain bikes das ganze system also der motor wiegt gute vier kilo wenn man überlegt dass man die schaltung weglassen kann und die kassette am hinterrad weglassen kann dann hat man ein mehrgewicht von ich sag mal 300 400 gramm ein shimano xt zum beispiel mit einem bosch cx wiegt in summe roundabout 3,7 kilo das heißt wir haben ein mehrgewicht von ungefähr 300 gramm fertigungstechnisch sind wir natürlich auch bei pinion auf allerhöchsten niveau wir haben ein magnesium gehäuse das ist ähnlich wie beim shimano ip8 oder beim bosch cx oder beim brose motor das bedeutet wir haben einen maximal leicht möglichen motor wie gesagt ich habe schon eingangs erwähnt vier kilo das ganze system was sparen wir hier wir sparen ein schaltwerk wir sparen eine kassette das bedeutet am hinterrad weniger ungefederte masse der schwerpunkt wandert sehr zentral ins rad und wirkt sich positiv auf die fahreigenschaften aus weil wie gesagt wenn die masse in der mitte ist funktioniert alles irgendwie besser pinion baut den motor mit getriebe die ganzen anderen sachen holt man sich dazu und zwar von fit fit sitzt in der schweiz das ist eine eigene firma und die liefern quasi modulare bauteile für ein komplettes e-mountainbike system oder e-bike system muss man ja vielmehr sagen sprich ich habe einen motor und fit liefert mir einen passenden akku verschiedene akkus verschiedene displays und die ganze peripherie dazu das heißt in summe wir können mit einem motor komplett verschiedene bikes ausstatten das ganze hat sich auch die zdg gedacht die nämlich auf diesen motor setzen wird in der kommenden saison es gibt einige marken die mit dem neuen motor kommen werden im e-bike bereich sind das bulls flyer rotwild und simplon im city bereich gibt es auch ein paar da gibt es kettler pegasus zemo easy und tutterer muss man sagen kommt das erste mal mit einem motor also mit einem e-bike die marke ist eigentlich bekannt für reiseräder sehr haltbar sehr clean sehr reduziert jetzt eben mit dem neuen pinion e1 motor welche vorteile hat das neue system zum ersten verschleißarm wir haben hier einen gates carbon riemen wir haben ein getriebe und wir haben den motor der motor hat einen wartungsintervall von 10.000 kilometer wartungsintervall heißt ja aber nur ölwechsel das bedeutet man hat eine schraube man kann bei pinion ein ölwechsel set kaufen das ist wahrscheinlich eine spritze zum rausziehen ohne spritze wieder zum reindrücken und man schraubt die schraube auf man zieht das öl raus man macht das neue öl rein und that's it das heißt wir haben nichts mit schaltwerk nachstellen kettenlänge messen etc wir haben einfach nichts nichts zu tun der motor alle 10.000 kilometer der gates riemenantrieb hält wie lange ein halbes leben wahrscheinlich das ist der riesen riesen riesengroße vorteil von dem system zweiter vorteil ein sehr zentraler schwerpunkt da wir eben weniger ungefederte masse am hinterrad haben alles in die mitte rutscht fährt sich das ganze ein bisschen anders das heck wird etwas entfesselter würde ich sagen man muss sich daran gewöhnen weil man spürt dass es leichter ist auf jeden fall schalten im stand ist möglich finde ich auch einen großen vorteil und zwar elektrisch klar man hört den schaltvorgang der wird immer quittiert durch einen ton aber man kann theoretisch an die ampel fahren und kann einfach unterschalten im stehen das finde ich ziemlich gut weiterer vorteil zwölf gänge eine riesen bandbreite die zwölf gänge haben nämlich eine bandbreite von 600 prozent wenn man überlegt dass kettenschaltungen zum beispiel shimano hat roundabout 510 prozent sram kommt hier auf 520 hier haben wir 600 prozent abdeckung finde ich ziemlich ziemlich gut natürlich wenn man vorteile hat hat man auch nachteile nachteile würde ich jetzt im moment mal zwei sehen die sind aber ziemlich gravierend zum einen haben wir gang sprünge zwischen dem vierten und fünften gang und zwischen dem achten und neunten gang da muss im getriebe die walze gewechselt werden das bedeutet der gang braucht etwas länger bis er eingelegt wird und das ganze unterlast im uphill sorry pinion aber da kommt kein uphill flow auf der zweite nachteil ist für den einen spürbarer oder nerviger für den anderen weniger nervig der motor ist relativ laut man muss sich vorstellen im uphill in einem kleinen gang mit einer hohen trittfrequenz würde ich es persönlich nur mit kopfhörern ertragen wo irgendwelche mucke läuft weil eigentlich ist mir der motor an der stelle wirklich viel zu laut fährt man nur so in der niedrigen frequenz vor sich hin ist es vollkommen okay dann zählt aber auch eher zu den lauteren motoren aber unter last wird es wirklich extrem laut ist der pinion e1 motor jetzt der absolute game changer ich würde sagen ja das integrierte getriebe geht in die absolut richtige richtung das thema lautstärke und gangsprünge mildern aber den fahrspaß ja das war unsere kurze erklärung vom neuen pinion e1 motor mit getriebe wenn euch das video gefallen hat lasst gerne ein like da abonniert unseren kanal weil ihr braucht auf jeden fall die neuesten news zum thema e-mountainbike und die gibt es eigentlich nur bei uns ansonsten bleibt mir wie immer zu sagen bleibt elektrisch